Willkommen zurück zu Pokémon Schild auf der Insel der Rüstung. Wir haben jetzt den Dünerhonig, aber bevor wir zurückgehen zum Dojo, möchte ich mal eben noch die Dicta hier am Strand der Prüfung einsammeln. Dann hätten wir zum einen dieses hier. Und jetzt noch drei. Und ja, da muss ich jetzt mal gucken. Dann haben wir hier vor dem Turm, beziehungsweise vor der Sandbank zum Turm, ein Dicta. Jetzt fehlen noch zwei. Dieses Dicta ist mega schwer zu finden. Ich bin hier an dieser Furt, die diese beiden Gebiete verbindet. Und hier ist tatsächlich ein Dicta, das man aber eigentlich gar nicht sehen kann. Es ist einfach da. Krass. Und das letzte Dicta ist hier am Strand bei der Höhle in der Nähe. Okay, dann haben wir die auch. Gut, dann können wir jetzt im Dojo gehen. Oder vorher vielleicht noch eben zu dem Dicta-Sammler. Oh, hier ist es aber ganz schön neblig. Ach, und hier kann man sogar sehen, wo was noch fehlt. In der Fleiß-Ebene sind noch sechs. Oh, das war's auch schon. Hallöchen. 69 weitere Dicta sind in kleiner Hilfe zu mir zurückgekehrt. Boah, dass wir so viele jetzt gesammelt haben, dass wir eigentlich jetzt alle haben, das finde ich schon ein bisschen überraschend. Darunter sogar eins, das sich zwischenzeitlich in einem Dicta entwickelt hat. Du hast bisher 175, äh, 145 meiner Dicta gefunden. Das bedeutet, es fehlen noch sechs. Bei 100 gibt es die nächste Belohnung, und zwar... Und dieses Pokémon habe ich auch in Alola getroffen, so wie meine Dicta. Robbal? Das ist aber keine, äh, Galar-Form. Oh, das ist ja die Galar-Form von Jurope. Okay. Robbal. Cool, wir kriegen die Galar- Ach, die Al- Oh mein Gott, ich habe die ganze Zeit Galar gesagt, obwohl ich Alola meinte. Die letzte Belohnung gibt es erst bei 151. Ja gut, dann würde ich mal sagen, dass wir die auf der Fleiß-Ebene auch noch holen. Aber jetzt gehen wir erstmal ins Drojo. Da wird doch das Woll- Das Woll-Din der Pfanne verrückt. Ihr seid schon wieder zurück? Das ist aber ein süßer Duft. Ach, ich nehme eine gute Nase. Unsere Suche nach dem Düner-Honig, den Vulaoso so liebt, war erfolgreich. Na sowas, das ging ja ratzfatz. Wenn wir zwei zusammenarbeiten, ist keine Herausforderung zu groß. Verstehe. Aber dass ihr wirklich ohne große Hinweise auf den Düner-Honig gekommen seid, und ihn ausfindig gemacht habt, starke Leistung, Delo und Hopp. Sie hatten also doch nicht vergessen, warum es sich bei diesem etwas handelt, wie? Mit etwas Honig in der Düner-Suppe wird sie sicher auch Vulaoso schmecken. Lau. Delo? Du hast uns so ziemlich alles erlernt, was wir dir hier im Master-Dojo beibringen können. Mit anderen Worten, du bist jetzt so weit, dass ich dir mit voller Kraft entgegentreten kann. Und jetzt ist es doch tatsächlich nötig, dass auch ich mal ein bisschen trainiere. Sobald du bereit bist, es mit mir aufzunehmen, komm zum Kampfplatz hinter dem Dojo. Doch sei gewarnt, diesmal werde ich ernsthaft ernst machen. Okay, bin gespannt. Das heißt aber auch, wir sind jetzt im Finale, oder? Wow. Bin doch jetzt recht zügig. Ich frage mich, wie stark der Meister ist, wenn er ernsthaft ernst macht. Er ist der Meister meines Bruders. Das heißt, er ist bestimmt mega stark. Natürlich ist er das. Also pass auf und nimm diesen Kampf nicht auf die leichte Schulter, Delo. Ja, nicht so wie der Kampf gegen Hornweisel. Den habe ich ja wirklich auf die leichte Schulter genommen und das auch bitter bereut. Und ich muss jetzt erst mal ernsthaft mit meinen Nachforschungen anfangen, wegen denen ich hergekommen bin. Viel Erfolg, Delo. Gib alles. So wie immer. Wenn du gegen Maastricht kämpfst, werde ich sofort zur Stelle sein, um dich anzufeuern. Ja, danke, Hopp. Gut, dann würde ich sagen, machen wir jetzt erst mal hier das mit den Watt zu Ende. Das ist aber richtig viel. Dann nehme ich hier noch 100.000, dann habe ich aber nichts mehr. Jetzt, wo ich mehr als 100.000 Watt habe, kann ich regelmäßig frische Zutaten herliefern lassen. Spreche ich mit jemandem von Dreamfarm? Mein Name ist Enya. Ich arbeite im Master Dojo. Ich würde gerne ihren Lieferservice für Zutaten in Anspruch nehmen. Hm, ja. Und schon habe ich die Bestellung aufgegeben. Das ging so schnell wie ein Ruckzuck-Hieb. Und nun dann bekommen wir jeden Tag frische Zutaten geliefert. Ich werde sie im Kühlschrank verstauen. Nimm dir gerne jederzeit etwas davon. Aber sei keinem am Fax so. Das ist auch was für die anderen übrig, okay? Okay. Als nächstes hätte ich da noch an einen Automaten gedacht, an dem man gehaltvolle Getränke kaufen kann. Was hältst du davon? Äh, wie viel willst du denn noch dafür? Wahrscheinlich 200.000, oder? Ja. Ja. Ja, das habe ich nicht mehr. Ich bin pleite. Können wir eben teilen. Und dann können wir den Friseur hier ausprobieren. So eine neue Frisur geben. Haare, Make-up. Ja, machen wir erstmal Haarum. Okay, also dieser kurzer Schnitt. Ich muss auch auswählen. Einseitiger Undercut, also Sidecut. Das ist die Frisur von Liga-Präsidenten. Punk-Harschnitt. Punk-Vorallem. Punk. Ja, und Herren-Lud. Und das ist dann alles, was neu ist? Gibt es auch neue Farben? Nö, gibt es nicht. Das ist ja ein bisschen enttäuschend. Dann, ähm, ja, ist es nicht so schön. Das ist auch nicht so schön. Dann bleibe ich erstmal dabei. Aber vielleicht nehmen wir mal eine neue Farbe. Pink. Rot. Blau. Grün. Brown-Pink. Platin-Blond. Ist halt irgendwie... Eigentlich bin ich damit voll zufrieden. Aber jetzt habe ich da für 3000 Punk-Dollar ausgegeben. Ich glaube, ich gehe mal auf weiß. Obwohl, nee. Ich gehe mal auf rot. So, fertig. Sieht klasse aus, oder? Liga-Karte aktualisieren. Das muss ich sowieso noch irgendwann machen. Also, richtig. Boah, sieht das komisch aus. Das ist mit anderen Haaren. Krass. Ja. Da müssen wir jetzt die Suppe machen. Warte, was? Aber was ist denn mit meinem Wula-Ozu? Kann das das jetzt? Aber die hat doch gar keine Suppe getrunken. Nö, kann das auch nicht. Aber habe ich nicht Duna-Pilze sowieso schon gefunden? Jetzt bin ich wieder verwirrt. Ich weiß nicht, wo die gespeichert werden. Wahrscheinlich in der Schatztasche, oder? Oder auch nicht. Oder warte, in der Zutaten... Gibt es eine Zutatentasche? Ja. Aber da sind halt die normalen Zutaten drin. Oh, ich habe ganz schön vieles Luxus-Äpfel. Ähm... Ich bin mal wieder total überfordert. Wo nicht haben wir. Aber ich hatte doch auch Pilze. Ja, dann muss ich wohl erstmal Pilze holen. Das ist ja jetzt ein bisschen doof. Aber nein, gut. Die Pilze sind ja einfach hier hinten. Und ich wollte ja eh die Fleiß-Ebene angucken. Denn hier gibt es noch sechs Dichter. holen wir erstmal die Pilze. Ein Granitstein. Jetzt finde ich wahrscheinlich kein Pilz. Wie kann das sein? Mache ich gerade was ganz falsch? Wahrscheinlich. Das ist ja meistens die Antwort. Ich suche mal eben die drei Dichter. Sechs Dichter sind das. Ich rede nur noch Mist. Also. Ein Dichter ist hier bei der Höhle. Auf der Fleiß-Ebene. Einfach hier neben der Brücke. Das war einfach. Ich bin ja schon ein bisschen weiter in die Ebene gefahren. Ich glaube in diesem Teil waren wir auch noch nie. Hier ist auf jeden Fall ein Dichter. Vor dem Tunnel in diesem Blumenbeet ist ein Dichter. Und da ist auch ein Bissbark. Das würde ich ganz gerne mal empfangen. Bei der Brücke zum Fokusforst ist auch noch ein Dichter. Jetzt fehlen noch zwei. Na gut. Aber ich habe echt keine Ahnung wo die noch sein können. Es ist ziemlich schwierig hier noch irgendwas zu finden. Ich bin wirklich total überfragt. Oh. Da ist eins. Lol. Einfach so mitten auf der Ebene dass ich das gefunden habe. ist jetzt auch ein Glück. Jetzt fehlt nur noch eins. Hm. Nur wo? Wo kann das sein? Das Gebiet haben wir glaube ich schon mal erkundet. Weil ich bin ja gerade mal durchgefahren und da habe ich einfach keinen Dichter gefunden und auch sonst nichts. Also hier war ich sicherlich schon mal. Aber schon seltsam. Wollte ich mich gar nicht dran erinnern. Aber ich kann mal eben das Nest hier plündern. Ich brauche ja auch noch ein paar Watt. Also hier müsste ja was gewesen sein. Aber das haben wir wohl schon genommen. Und hier ist das letzte Dichter. Das war auch wieder vor der Höhle. Genau vor der Höhle. Ja. Dann haben wir das jetzt. Und können zumindest mal die letzten Dichter noch wegbringen. Aber dann weiß ich immer noch nicht wie ich jetzt die Suppe zubereite. Denn ich habe ja keine Pilze. Und wo bin ich gerade? Oh. 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 Ja gut. Was? Alle 151 Dichter sind wieder wirklich sind wirklich wieder hier versammelt? Ich weiß gar nicht wie ich dir danken soll. Endlich sind alle meine kleinen Freunde zurück. Dichter Dichter. Ich schätze das sollte so was heißen wie ich bedanke mich recht herzlich dafür dass du uns alle heilen nach Hause gebracht hast. Da da da. Jetzt einfach mal langsam. Wenn ich es nicht besser wüsste würde ich denken dass du dich ihm am liebsten anschließen würdest. Ah. Wirklich? Irgendwie finde ich das schon schade. Aber wenn du dich so entschieden hast dann ja Reisende Dichter soll man bekanntlich ja nicht aufhalten. Kümmer dich gut um meinen kleinen Freund hörst du? Okay. Dichter hat sich da angeschlossen. Das war es dann. Die anderen Stadter kriegen wir nicht. Okay wir haben nur Robberl bekommen das heißt wahrscheinlich weil wir den Wasserstarter damals gewählt haben. Das ist so jetzt die Erklärung die ich aufbieten kann. Okay dann haben wir das auch geschafft. So jetzt würde ich eigentlich ganz gerne noch ein paar Nester plündern. Aber ich kriege keine 40.000 Was machst du hier Jaro? Oh hallo Delo bist du auch hier um die Schönheit der Natur auf der Rüstungsinsel zu genießen? Ich komme ab und zu her weil man hier so schön entspannen kann. Alles klar. Da war jetzt auch nur 200 drin Das sind ja auch die kleinen Nester ich bin auch dumm Wo auch wirklich was los ist kriegt man 2000 Das muss man irgendwann abplündern und dann können wir auch noch die Aufgabe bei Enia vollenden Jetzt versuche ich aber erstmal Bolaoso zur Gigaform zu verhelfen Nur ich weiß nicht wie Ah ok Ich muss also tatsächlich Dynamax Kämpfen machen Und hier kriege ich tatsächlich auch jetzt Essen raus Cool Ja Das ist blöd irgendwie Das hatte ich so nicht geplant Ja gut Ich muss ja sowieso Watt sammeln Deswegen kann ich das ja auch mal eben verbinden damit dass ich dann auch Pilze bekomme Das heißt ich suche jetzt einfach hier die Möglichkeiten zu kämpfen aus Ist das ein Simsaler Nein das ist ein Kadabra Ähm Ich würde sagen ich mache auch das Ypsicom an Einfach nur damit wir vielleicht auch Mitspieler kriegen Wenn es denn klappt Dauert lange Geht aber Eigentlich ein Sticker Empfangen Hier kommt jemand gegen Seraora Ist in Ordnung Das haben wir hier Ein Stern Ja dann würde ich sagen kämpfe ich alleine gegen das Stern Mit meinem Wulaosu Vielleicht reicht das ja schon dass wir dann ein paar Pilze kriegen oder zumindest einen Pilz Aber ich hatte doch einen gefunden Ich bin mir nicht sicher Habe ich dir einfach ausgegeben Wäre ziemlich dumm gewesen aber Ich will es nicht ausschließen Ja Ich Deiner Maxe Deiner Maxe Und hau dann einfach eine Dünner Faust raus Wulaosu Ganz groß Ja Wirklich groß Größer als Stern Du auf jeden Fall Jetzt war das richtig rein Hälfte ist weg Von den KP Habe ich denn Du jetzt eigentlich Schon oder noch nicht Man kann ich auch noch Fangen Was hat auch nur Zwei Hübschel Balken Ich habe alle Angreifen Na gut So Der Schild ist kaputt Und es könnte Jetzt sogar schon Besiegt sein Ja Das war jetzt Ein bisschen billig Dann fange ich es einfach mal Falls es im Pokéball Bleiben möchte Guten Stern Zu fangen Ist jetzt auch nicht Die große Leistung Dafür kriegen wir Auf jeden Fall mal Rüstungserz Dann noch Die üblichen Items Okay Ich würde sagen Ich mache jetzt noch Ein paar Deiner Maxe Kämpfe Und sammle Noch ein paar Watt Und dann sehen wir uns Wieder Wenn wir Ja Die Suppe Haben Es gibt auch ein paar Nester Die gerade voll sind So Dünnerpilze habe ich jetzt Ich musste sehr viele Deiner Max Kämpfe machen Und Ungefähr so nach drei Kämpfen Kann man dann in den Höhlen Und im Wald Dünnerpilze finden Ich habe jetzt vier Stück Einen hatte ich ja vorher schon Ja und ich habe jetzt gerade noch hier Kurz mein Fahrrad Verändert Es ist jetzt weiß Und ich habe jetzt auch Ein weißes Gewand Das sollte das Das heißt Kampfgewand Oder so Warte ich Schau mir das nochmal an Das Fahrrad soll weiß bleiben Aber ich möchte Den Radleranzug anpassen Genau Ich könnte sie für dich An Wula Oso anpassen Da gibt es Kampf Das ist einfach Ja Braun Passt jetzt überhaupt nicht Zu dem Fahrrad Das Ja Ist nicht so schön Und es gibt Unlicht Das ist dann dieses hier Und das gefällt mir eigentlich ganz gut Auch wenn das nicht so ganz Zu dem Fahrrad passt Aber das ist in Ordnung So aber jetzt will ich endlich die Suppe kochen Also zwischen dem was ich vorher aufgenommen habe Und was jetzt mit den Diner Raids kam Liegen so ungefähr Ja Acht Stunden Nicht weil ich so lange gebraucht habe Für die Diner Raids Sondern weil ich dann auch Pause gemacht habe Nur wundert euch nicht Dass es draußen jetzt hell ist Hier im Spiel So jetzt will ich mal Suppe kochen Wula Oso soll die Suppe essen Wenn Wula Oso die Dünersuppe zu sich nimmt Wird es Gigadyner maximieren können Ich werde also eine Suppe aus drei Dünnerpilzen Und einer Wabe Dünnerhonig kochen Okay Yes Ja gut Wula Oso kann sich nun Gigadyner maximieren Da bin ich schon sehr gespannt drauf Aber jetzt will ich mich mal eben kurz Auf den Kampf vorbereiten Achso und übrigens habe ich in der Zwischenzeit Auch versucht hier ein paar mehr Pokémon zu fangen Ich habe jetzt auch einen Azuril Und das hat jetzt einen Samtflug Damit es sich zu Meryl entwickeln wird Und ich bin so froh Dass Meryl zurück im Spiel ist Und es hat auch zu meinen Lieblingen gehört Ich weiß nicht ob das hier reicht Diese Pokémon um gegen den Dojo Meister Maastricht zu gewinnen Ich habe ein bisschen Sorge Deswegen würde ich eigentlich ganz gerne Noch irgendwelche anderen Pokémon Aus meinem alten Team mitnehmen Ah wobei Asano Wir haben ja schon vier Aber ich nehme Asano trotzdem mit Und ja ich glaube Glotzi als Fee Ist auch nicht verkehrt Nehme ich die mal mit Und dann kriegt dieser Floor Jetzt noch ein paar EP Bonbons Damit es dann auch einfach kampfbereit ist Ja ich gebe ruhig mal ein paar von L Fünf erstmal Das ist immer so viel Ja Ja das reicht mir noch nicht Risiko Tackle? Ne Dann gebe ich jetzt noch mal Sieben Und dann haben wir 62 Möchte Solarstrahl leeren Werde ich auch nicht beibringen Und jetzt frage ich mich Ob wir gut ausgestattet sind Um gegen Maastricht zu kämpfen Und das Wieser Floor kann eigentlich nichts Ich muss dann mal eben noch was an den Attacken drehen glaube ich Wieser Floor kann jetzt Matschbombe und Energieball Das sollte eigentlich Ja schon helfen Das hat auch noch Wachstum Das will ich auch eigentlich beibehalten Im Grunde bräuchte ich aber an dieser Floor Das auch noch Ja irgendwie mit Sonne agieren kann Aber das hier hat sowieso Notdünger Deswegen macht das keinen Sinn Da jetzt irgendwie Irgendwas mit Sonntag zu machen Dann könnte ich auch noch Solarstrahl und so einsetzen Das wäre eigentlich ziemlich nice Aber naja Erstmal nicht So geheilt Und dann gebe ich dir jetzt noch ein paar Watt Ja 50.000 Ich habe auch Watt ausgegraben Jetzt können sie erstmal den Automaten mit gehaltvollen Getränken bestellen Was damit gemeint ist Keine Ahnung Spreche ich dann mit jemandem von Number One Mein Name ist Enya Ich rufe aus dem Master Dojo an Wir würden gerne ihre gehaltvollen Getränke in einem Automaten bei uns im Dojo anbieten Ja Endlich kann man jetzt auch Protein und Eisen bei uns kaufen Ist das nicht toll Oh Und es gibt einen Mengenrabatt Das ist allerdings tatsächlich Ja Ziemlich Nützlich Oder Nächstes Ziel 300.000 Dann kann sie die Auswahl der Getränke erhöhen Ich werde hier noch so viel Watt brauchen Oh Mann Ja gut Dann werden wir im nächsten Part gegen Maastricht kämpfen Bin gespannt drauf Leute vergesst nicht Heute um 15 Uhr Also kurz nachdem dieser Party erschienen ist Der soll um 14 Uhr kommen Ich schaffe das noch Kurz danach wird die nächste Pokémon Present Also der Nachfolger von der Pokémon Direct ungefähr Laufen Und das heißt es wird neue Infos geben Und zwar große Infos Vielleicht ein Haupttitel Ich weiß nicht ob ein Diamant oder Pearl Remake Oder vielleicht ein Pokémon Let's Go In Yoto Irgendwie sowas steht wohl an Vielleicht etwas ganz anderes Vielleicht irgendwie sowas wie Pokémon Kolosseum Oder Battle Revolution Bin auf jeden Fall sehr gespannt drauf Ich freue mich drauf Bis dahin Alles Gute Bis zum nächsten Mal Ichlaşinals